Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online Challenge mit einem aus dem Team Beatsmeet und heute mal wieder mit so einer Art Rennen. Ihr habt nicht den NTT genommen, NTFI genommen. Nein, natürlich nicht. Ich hab jetzt den T20 genommen. Ach komm, Centorno, Bums. Der T20 war irgendwie zu... Oh leu! Ich hab auch den recommended genommen. Oh oh. Oh what? Oh nein, ich bin drüber geflogen. Ähm, ähm. Ist das richtig? Doch, man muss drüber fliegen, okay. Ja, ja. Hab ich den Checkpoint gekriegt? Ja, hab ich. Ich hab ihn gekriegt, jawohl. Bislang bin ich ja nicht so schnell. Wird er doch irgendwann mal cool? Oh Mist. Nur weil du langsam bist? Wir haben ja gefordert in Fallout Battle. Ja, hier vorne ist echt knapp. Oh what? Blast of... Oh shit. Blast of fuck. Hui. Und jetzt? Oh Mist. Oh Mist. Ich glaub man muss da... Problem. 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 Kann ich's zurücksetzen? Oh ich bin geil gelandet. Ich hab Glück gehabt. Wuuu. Checkpoint. Ich mach'n Fehler. Ich hab da ja neu spawnen. Nein! Das war richtig dumm. Komm, 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 komm. Wieso kommt da ein Auto hier? Echt? Wieso kommt hier ein Auto, Alter? Wuuu. Wieso steht denn da ein Auto? Yes. Wieso steht denn da ein Auto? Wieso steht denn da ein Auto? Scheiße. Scheiße. Äh, Y-Norm gedrückt halten. Wieso fällt hier ein Bus? Oh, wieso fahren hier zwei Busse? Ne, LKWs. Wieso kommt denn da ein Bus? Fuck. Alter, wie muss man denn hier fahren? Ich glaube, es gibt zwei Runden, Jungs. Jetzt kommt ihr mir entgegen. Ja, alles klärchen. Oh, ich muss wieder hier hoch. Oh, nicht gut. Warte, aber wir können uns da ähnlich berühren. Alter, ich verliere halt immer. Oh fuck, oh fuck. Ich komm nach rechts oder nach links. Das ist doch gerade echt behindert. Oh nice. Richtig gut. Ich hab den Entity-Spot. Oh Scheiße. Der muss man auch machen. Ah, man führt die gegen. Hä? Jawoll, reicht. Oh fuck. Ach, das ist da hinten auf dem Boden. Ach, als ob. Nein. Alter, das ist doch manchmal echt ein bisschen tricky. What? Fuck, das ist der Fehler, ey. Du musst halt genau gerade fliegen bei den Scheißdingern. Oh nein. Nee. Nee, nicht zur Seite. Wieso haut der denn nach links? Das geht nicht zur Seite. Ach, komm ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt seid ihr alle schon hier. Ja. Klar. Dann muss ich von hier aus hin? Oh my fucking god. Ja, du musst halt gerade kommen. Ja, runterfallen, aber dann gerade. Und dran vorbeigefallen. Scheiße. Yes, ich hab's geschafft. Endlich. Ja, ich auch. Ey, nach dem zehnten Mal oder so. Ja, ich auch. Und dann direkt. Ich bin da hinter dir. Nee, mach mal nicht. Das war glaube ich erst die erste. Okay, wenig Gas geben war jetzt auch kein Trick. Oh fuck. Oh shit. Nee, da hast du recht. Ach Gott. Bam. Brunde 2. Jawohl, jetzt geht's los. Oh. Da ist doch nichts verloren. Nee. Da ist doch nichts verloren. So, hier müssen wir einmal gerade durch. Easy game. Bei mir ist alles verloren. Mit Tastatur ist das auch nicht besser. Warum ist das direkt hinter mir? Ja. Scheiße. Oh, ich bin scheiß aufgekommen. Ich bin bei dir krampft. Give it to me baby. Ich krieg's halt bei dem zweiten Sprung einfach nicht gerafft. So. Jetzt fliegt er wieder nach links. Nein. Oh fuck. Richtig kack. Zee. Nein, der hat mich überholt, die Sau. Das wird dir gar nichts bringen. Du wirst es daneben fliegen. Also den ersten Sprung musst du nicht so Vollgas geben. I did it. Mit vorher nochmal zwischendurch ausrichten quasi. Da hab ich jetzt auch gemacht. Nein, ich hab den Checkpoint nicht berührt, oder? Der fliegt trotzdem nach links weg. Ohne? Obwohl ich einfach gerade gefahren bin. Doch. So ein Mist. Aber ich hab den Checkpoint nicht berührt. Yes. Erstmal absetzen von der Menge. Scheiße. Dann hab ich's denn da jetzt überholt. Mich. Oh. Oh. Oh, Jay ist mir mein stärkster Verfolgung. Oh, verdammt. Da ist er, wie gesagt, noch nichts verloren. Ne? Oh, man. Never do this. Kommt er mir entgegen, die Sau hier. Boah, jetzt muss ich das gleich von... Das kann nicht wahr sein. Nein, warum kommt denn da ein Auto? Nee. Ach, kacke. Warum kommt denn da ein Auto? Ja. Da spricht der Frust des Letzten hier. Da ist Seb schon. Ja. Du hast mir den gleichen Scheiß eben gedrückt. Du brauchst mir nicht von so oben herab da zu reden. Hey, klar. Kann man als Erster. Da kann man immer von oben herab reden. Da bin ich doch oben. Kann nicht wahr sein. Ach du kacke. Jetzt bin ja richtig Banane aufgekommen. Autsch, 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 Autsch. Für die Fans. Bram, bist du noch einholbar? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin auf jeden Fall noch einholbar. Bram ist gerade erst auf dem Hinweg von den Sprüngen. Ja. So, ich bin durch. Das könnte klappen. Nein! Ich hab für die zweite Ramp habe ich bestimmt neun oder zehn Mal gebraucht. Oder irgendwie so. Oft und langer. Wo bist du Schassi? Ah, damn it. Total unvergabt. Fuck. Und er dürfte gleich er will sein. Nein! Jawohl, das Ziel! Jawohl! Ja, ich bin noch am Hinweg von der Rampe. Ach du kacke. Was ist denn der zweite? Das ist Bram oder Jay? Ich glaube Jay, oder? Das wird noch Platz zwei für mich. Nice! Oh, das war gut Bram. Ich muss nur noch durchkommen. Ja, aber du bist ja jetzt vorbei. Auch Platz drei sein. Ja, du bist safe Platz drei. Das soll doch passieren. Da passiert nämlich nichts mehr. Ne, weil ich bin jetzt wieder bei dieser Hurenrampe. Genau. Sobald du die Rampe hast auf den Boden fallen im Kreis. Achso. Ja, das geht. Okay. Wie lange habe ich noch? Die Rampe ist halt echt ein bisschen schwieriger. Bram, wann warst du denn da? Da hat Peter quasi fünf Sekunden länger gegeben, weil jetzt erst der dritte ins Ziel gefahren ist und jetzt erst die Zeit abläuft. Achso. Ach, der dritte ist der. Ich dachte, der zweite wäre, dass der zählt. Oh! Nein! Ja, das wird jetzt schwierig, sag ich mal. Peter, du machst das. Ne, ich habe nur noch vier Sekunden. Das ist unmöglich. Du schaffst das. Das schaffst du doch bestimmt. Ja, knapp. Dammit. Aber ein cooles Photo-Finish hier. Peter in der Luft. Nie beende. Peter, der zahlt den Entity. nehmen sollen. Ich hatte... Ah, fuck you. Hab doch gesagt, du musst den Centorno nehmen. Der war einfach besser. Ich hätte echt mal den Centorno nehmen sollen, weil mit dem fahre ich immer wenigstens rum. Mit dem kann ich fahren. Hipsters du es jetzt. Alter, what the fuck. Da bin ich richtig schön angezogen. Eure Traktiere. Ja, gefällt mir. War okay. Ja, war okay. Ich bin nur Zweiler geworden, das ist nicht gut. Da sollten nur schwierige Sachen bei sein. Das ist ja die Punktevergabe. Okay, was kommt jetzt? So. Motorrad. 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 Wünsche. Alles, alles. Wenn Sepp dazu sagt, hört es ja an wie... Sefirot. Motorrad. Wie Partner. Gibt es Partner oder nicht? Ne. So. Ich habe nur gerade mal geguckt. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Da starten wir direkt. Wo ist Akuma? Na ja, na. Jetzt geht los. Sanchez. Da ist die Akuma. Das ist. Ah, die ist einfach mal mega OP. Müsst du das selber wissen. Ich habe jetzt die Recommended genommen. Ich habe jetzt die Recommended genommen. Ich sehe die Recommended. Die Wheel 881. Ne. Die 801. Und das Wheel gehört noch zu Ferris. Verdammt. Ferris Wheel. Jetzt habe ich irgendeine Karre. Alles klar. Ich habe die Sanchez. Ich habe die Sanchez. Ich habe die Sanchez. Der Sanchez habe ich letztes Mal auch richtig hart gerockt. Das wird schon klappen auch. Ohne das Recommended Bike. Ach du Scheiße. Warte, diesmal kann man sich rammen, wa? Yes. Baby. Oh Gott. Oh, what? Oh, what? Das ist belastend. Oh, nicht so weit. Nicht so weit. Okay, meine Sanchez. Das ist halt. Oh Gott. Das war nicht so ganz. Oh fuck. Das war Kacke. Oh, man muss hier. Man muss durch die, durch das Achterbahn Ding fahren. Wie soll ich dich denn hier überholen, Alter? Ne, mach mal keinen. Du hast mich runtergekickt, du Arsch. Du Mist Kuh. Du Mist Kuh. Scheiße. Ich dachte, ich kann mich schön aufhalten. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt hier, was hier gerade passiert. Ach Jay, jetzt findet ihr den Nischen, der mich runtergekegelt hat. Ach, das ist doch voll die Uhrenscheiße hier. Ja. Bram, ich nehme mal deinen heißen Windschatten. Mach mal. Jay, komm mal aufhören damit. Das war runtergekauft. Alter, was ein Spacko. Oh Gott. Ja, war ja easy. Oh scheiße, das bin ich selber dumm, ey. Mann. Peter hat keinen heißen Windschatten, oder? Ja, jetzt krieg ich den durch Bram hoffentlich. Scheiße. Das war ja easy. Ach, wollte ich ja betteln. Nein, jetzt habe ich das nicht geschafft. Da habe ich keine Katzen. Sepp, was ist denn los? Fuck. Also ich glaube, ich werde gleich hier überrundet. Bist du da links drin vorbeigesprungen, Peter? Leider links drin vorbeigesprungen. Nein, schon wieder. Ach, das gibt es doch nicht. Ich bin einfach zu dumm dafür. Ey, was? Das ist sauschwer. Du platzt da. Ich wurde wirklich überrundet. Das gibt es doch nicht. Ey, du wurdest überrundet. Sepp wurde überrundet. Oh du fuck. Ich wurde gerade überrundet. Ey, Will. Das kann doch gar nicht. Ich bin Erster und bin noch nicht am Weg dabei, oder? Ja. Ich bin genau hinter dir. Ich bin dann neu gespawnt. Als ob ihr das einfach drüber fahren könnt. Oh, kann ich auch. Kann ich auch? Ey, ich habe das voll zattach. Ich habe das voll zattach. Ich habe gerade irgendjemanden von der Achterbahn geschmissen. Ich bin diesmal nicht gewesen. Das zweite Mal die gleiche Kante, so Mist. Okay, sonst ist das ja super easy. Kacke. Nur diese scheiß Achterbahn. Die Achterbahn war auch mega einfach. Ja, wenn man die ganze Zeit runtergeschmissen wird und so doof dafür ist. Du musst dich einfach ein bisschen durchsetzen. Kacke ey, Runde 2. Ja, das kann ja was geben hier. Ich bin hinter dir. Deswegen bin ich auch Dritter. Ich habe mich schon gefühlt. Ich bin nur Vierter? Was hast du denn gemacht, Jay? Juhu. Wer war erster? Chris? Mhm. Also das war wirklich zu leichter. Spannendes Battle hier in der Achterbahn. Ja, du hast den Checkpoint gekriegt, Jay. Okay. Ja. Hauptsache vor, Jay. Hauptsache vor, Jay. So habe ich mir den Runde 1 auch ergaunert. Hauptsache vor, Jay. Oh, da macht er einen Abgang. Ja, ist zu schnell. Ich habe den versaut, indem ich halt das gedacht habe. Aber wo hing das denn? An der Achterbahn oder an den Bussen? Hier. Achso. Aber du bist einzeln da rüber gefahren oder was? Ja, richtig. Beim ersten Mal hat das nämlich nicht konzentriert mit dem einfach durchfahren. Das ist okay. Dann wird das wahrscheinlich anders machbar sein. Na lull. Und dann habe ich das zerdacht. Dumm gelaufen. Okay. Nächstes Trend heute. Hallo. Monster Truck Challenge. Wir alle haben den Liberator. Teil Liberator. Natürlich. Es ist die Kamera Perspektive? Ja, das ist die normale Kamera Perspektive jetzt. Hhhhhhhhhhhhh. Boah, da sind schon ein paar Stangen. Yooooooooooo. Easy Game, easy game. Warum nicht? Ja, echt okay. Oh, okay. Es geht gerade aus. Oh fuck. Warte mal. Man muss da durch. Nee, oh. Nichts kein Thema. Oh man, du musst die scheiße Autos hoch. Oh Gott. Wie macht man das denn? Yo, Junge. Oh, what? Okay, Moment, das geht. Ah, das muss ja gehen. Oh, anscheinend. Klar geht das. Das geht sogar relativ gut. Nein, nicht an der Seite. Nein, nein. Fühlt sich ein bisschen an wie Scrap Mechanic. Oh, Gott. Alter. Da war ein Vorderradantrieb ziemlich gut, ne? Oh, shit. Ich bin runtergefallen. Ach, kacke, ey. Nein, nicht hinten rüberfallen. Also, wenn er jetzt runterfällt, ist es problematisch, ey. Ja. Oh, oh. Oh, komm mal. Die Challenge im Endeffekt. Da oben ist nämlich direkt das Ziel. Hä? Was ist denn das, der Karte? Das sehe ich. Da oben ist ein großer Kreis. Da oben ist ein Pfeil. Da oben ist aber kein normaler Pfeil. Okay, ich bin so weit davon weg, dass das aussieht, als wenn das ein Ziel wäre. Siehst du auch auf der Karte, dass das nicht das Ziel ist. Ich bin noch nicht so weit, Bram. Ich sehe da noch nicht auf der Karte. Warte, ich bin noch nicht so weit, Bram. Also, ich meine, es ist ja, glaube ich, auf der Map ganz gut, dass wir uns nicht gegenseitig treffen. Ja. Aber gerade auch mit den Röhren am Anfang. Wir können uns nicht treffen, aber du kannst die Sachen der Anleit verschieben. Ja, stimmt. Echt? Ernsthaft? Ja, ja. Also, über die gleichen Händen zerhauen wir ja trotzdem. Aber nicht hier die... Echt jetzt. Vor allem, Alter, das ist hier teilweise echt tricky. Vor allem, wenn du schon so weit bist, willst du keinen Fehler machen. Komm schon! Ist hier konzentriert. Ist hier konzentriert. No! Ja, genau das, was bei Bram passiert ist. Oh Gott. Wer war das denn gerade hier? Der ist ja fast runter gesehen. Oh, ho, ho. Äh, nochmal. Das ist doch im grünen Bereich. Wie viele Treppen das sind. Einige. Ich höre die... Ich erinnere sich irgendwann mal die Abstände oder so. Das ist halt immer gleich. Ja, das ist, glaube ich, immer gleich bisher. Oh, Bram hat Schiss. Bram hat Schiss! Wieso habe ich Schiss? Ich bin unschiss. Weil du das so langsam machst. Ach, Jay war da. Sorry. Natürlich habe ich Schiss. Oh Gott. Ich werde da nicht runterfallen. so zwei Dinger vom Ziel. Woohoo! Jay aufholt! Oh nein! Die alte Schissmux. Oh nein! Ich falle! Ich falle! Wer heißt denn die alte Schissmux, Alter? Fick dich wahr! Scheiße, da bin ich fast runtergefallen. Ja, ist klar. Wir machen... Ja, sie haben. Na, ist die richtig. Alles noch drinnen? Alles noch drin? Ja, das kann halt wirklich alles passieren, wenn ihr gleich kurz vorm Ende nochmal da runter siegelt. Jetzt werde ich zur Schissbuchse. Oh, endlich auch geschafft, ey, das gibt's doch nicht. Feder, hast du ja lang. Ich glaube, du hast aber weniger. Ich hab Feder geholt, ha 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 ha. Ja, jetzt komm ich gleich wieder. Ich bin gleich auch das erste Mal oben, Jungs. So, ey. Ne, wir sind schon wieder unten dran, oh fuck, Alter. Das kann ja auch im Radar sein. Kacke, ey, wie schnell die Jungs sind. Christian, das ist richtig fix, ey. Oh, das wird's, Alter. Christian ist richtig, richtig gut. Unglaublich, was der vorliegt, ey. Das tut mir gar nichts, ey. Und dann auch noch fehlerfrei. Richtig stark. Das tut mir gar nichts. Ich will dich chixen. Richtig, das ist doch eine starke Leistung. Aber ich will mich auch nicht chixen, ich will mich einfach nur los. Wenn Jey einen überschwänglich lobt, ey, da kann ja schon irgendwas nicht stimmen. Was denn? Nein. Ich kann doch anerkennen. Nein. Ich kann doch anerkennen. Geschafft. Alles okay. Ich misch dir falsch rum. Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Das war's. Das war's noch lange nicht. Next round. Jetzt legt er sich hier gerade wieder einen ab. Genau. Nein. Nein. Nee. Nicht runterfallen. Ich bin gerade mal richtig dumm. Nein. Und letzter. Ey, noch nicht. Mach mal nicht, du Kackwurst. Seid ihr jetzt schon auf vorne durch? Nein. Aber Christian sofort. Christian ist echt schnell, ey. Ich mach das wie Trials. Immer nach hinten drücken und dann, wenn du fällst, nach vorne. Das ist wahrscheinlich auch smart. Manchmal habe ich auf einmal so viel Speed drauf, dass ich fast über das Eis auf dem Fall. Nee, immer den Einzelnen anfahren. Also so habe ich das versucht zumindest. Das ist ja nicht so, als wenn ich jetzt sagen würde, die GTA-Physik ist predictable. Nee, ist sie nicht. Aber immer schön gerade stehen. Da muss nur eine Ecke immer komisch kommen, dann fliegst du aber ordentlich. Wuhu. Ja, GZ, ey. Christian hat es beendet. Nice. Oh Gott. Jetzt kann ja auch Risiko gehen, es ist ja eh vorbei, der Sieg. Wer ist immer von Anfang an mit Risiko gegangen? Ja, aber dafür bin ich zumindest bei der ersten Runde fehlerfrei hochgefahren. Da kann ich mir nix vorkauen. Jeder sucht sich seinen kleinen Triumpherrass. Ja, das ist ein Brammer, der sieht es auch aus. Jawohl. Aber manchmal bin ich echt zu hart. Brammer. Aber manchmal bin ich echt zu hart. Aber ich feier jetzt hier auf jeden Fall deutlich schneller als beim ersten Mal. Aber das reicht mir halt leider natürlich nicht für eine gute Platzierung. Da hat er Brammer flogen. Jawohl. Aber das Wichtigste ist, nicht letzter. Moment, eines du Brammer noch. Nicht letzter. Jetzt nicht choken, Bram. Schau mal, ob er noch choken wird. Er ist schon durch. Ah, okay, dann wird er auch ins Ziel gehen. Oh. Also die Strecke war wie Sex, ey. Kurz und intensiv. Ja. Aber zwei Runden finde ich auch anstrengend. Wie beim Sex. Ja, stimmt. Also ich würde das Zweite glaube ich schon geben. Und ich bin Erster, das ist auch immer ganz wichtig. Wir wurden alle bezahlt und haben Erfahrungsgute gekriegt. Schöne Sache. Nice. Ja, mit vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier haben wir heute mal bei einer rennlastigen Folge GDR Online Challenge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Tschüss. 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 Okay. GTA-Mode heißt man ballert? Man kann ballern. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Man kann ballern. Okay. Ich glaube das GTA-Rennen musste nur deswegen eingestellt werden, damit wir aus dem Wagen aussteigen können. Genau. Ah, jetzt lass doch mal hier. Wie soll das gehen? Ach komm ey, der Laser ist so OP. Einfach mal hier gehen. Alles klar. Das ist doch Bullshit mit den Waffen. Nicht wachen. Der ist doch auch. Ich vermisse dich. Gar nicht. Nein. Jetzt versuch ich ja nicht. Der ist schon da vorne. Ja, Peter. Die schießen wir halt nicht ab, sondern wir schießen die ganze Zeit uns ab. Ja, das ist total banane, Jungs. Mensch. Irgendwann ist so weit gekommen jetzt. Ach, das ist doch ein Witz. What the fuck. Ja, ich hab den Checkpoint, das gibt's nicht. Ja, hier müssen wir noch ein bisschen aufkriegen. Kein Problem, bis wir klettern, dann kommst du oben drauf. Oh, Leute. Alter, jetzt spawnen aber die Autos auf den... Oh. Aua. Aua. Wie alt war das? Es regnet Autos. Wow. Hat mich einfach in den Tod geworfen, die Sau. Fuck ne miese Bitch. Oh nein, vielleicht soll ich nicht zu dir gehen. Was ist denn jetzt los? Ja, meins lädt auf die ganze Zeit. Ich bin raus.